Video-Demo der Totemo AG Use Case 1 – Onboarding Alice ist eine Endanwenderin, die eine Mail an Bob, einen neuen Kunden, schicken muss. Die E-Mail enthält personenbezogene Informationen, sowohl im Nachrichtentext als auch in einem angehängten PDF-Dokument. Totemo Mail kann solche Informationen über vordefinierte Regeln aufspüren. Darüber hinaus bietet Totemo Mail aber auch Schnittstellen zu anderen Data Loss Prevention Lösungen, zum Beispiel von RSA oder Symantec. Falls das Unternehmen keine zentralen Regeln einsetzt, die zur Verschlüsselung der E-Mail führen, kann Alice die Verschlüsselung auch manuell auslösen. Hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Um das größtmögliche Maß an Kompatibilität mit allen gängigen E-Mail-Programmen sicherzustellen, kommt Totemo Mail ohne Plugins oder Add-ins aus. Beispiele für Auslöser von Verschlüsselung sind die nativ vorhandenen S-MIME-Verschlüsselungsbuttons, Exchange Message Classifications oder MIME-Header wie Dringlichkeit, Wichtigkeit oder Vertraulichkeit. Zusätzlich kann die Verschlüsselung auch durch Schlüsselwörter im Betreff oder Text der E-Mail ausgelöst werden. Weil Bob kein Produkt oder Service zur Verschlüsselung einsetzt, muss er zunächst für die Nutzung von Totemo Mail registriert werden. Der Anmeldeprozess kann sehr einfach auf die individuellen Anforderungen jedes Unternehmens angepasst werden. Wir unterscheiden grundsätzlich zwei Onboarding-Strategien. Die erste ist vollkommen unabhängig vom E-Mail-Sender. In diesem Fall entscheidet Bob selbst, auf welchem Weg er die verschlüsselte Nachricht empfängt. Die zweite Onboarding-Strategie wird vom Sender der E-Mail gesteuert. In dem Fall nimmt also Alice die Registrierung von Bob vor. Wir schauen uns nun Strategie 1 an, bei der Bob entscheidet, wie er die verschlüsselte Nachricht empfängt. Alice hat ihre Nachricht vorher an Bob geschickt. Da die E-Mail personenbezogene Daten enthält, hat Totemo Mail den Verschlüsselungsprozess automatisch ausgelöst. Bob ist ein neuer Empfänger und Totemo Mail weiß noch nicht, über welche Möglichkeiten zur Verschlüsselung Bob verfügt. Daher schickt das System Bob eine Benachrichtigung in Form einer E-Mail. Darin wird erklärt, zwischen welchen Optionen er zum Empfang der verschlüsselten E-Mail wählen kann. Falls Bob auf Basis von S-MIME oder OpenPGP verschlüsselt, kann er einfach auf die Benachrichtigungs-E-Mail antworten und seinen öffentlichen Schlüssel anhängen, mit dem Alice's Nachricht an ihn dann verschlüsselt wird. Verfügt Bob selbst nicht über Verschlüsselungstechnologie, bietet Totemo Mail ihm verschiedene alternative Verschlüsselungsmethoden. Er wählt einfach die Option, die für ihn am bequemsten ist. Um eine Option zu wählen, muss er sich vorher registrieren. Zunächst klickt Bob auf Register. Er braucht außerdem das Einmalpasswort aus der Benachrichtigung, um sich zu authentisieren. Nach erfolgreicher Authentisierung kann er aus der Liste alternativer Verschlüsselungsmethoden wählen, die Totemo Mail bietet. Die erste Möglichkeit ist Totemo Webmail, eine Pull-Methode, bei der Bob seine E-Mail in einem Webportal abruft. Er kann die Nachricht in dem Portal auch beantworten, weiterleiten, herunterladen oder eine neue, sichere Nachricht erstellen. Als zweite Option steht Totemo Mail pusht PDF zur Verfügung. Ein Push-Verfahren, das die E-Mail inklusive aller Anhänge in ein verschlüsseltes PDF-Dokument umwandelt. Als dritte Möglichkeit kann Bob ein S-MIME-Zertifikat in seinem E-Mail-Programm installieren. Die vierte und letzte Option ist Totemo Mail Registered Envelope, ein Push-Verfahren, das auf Cisco Iron Port E-Mail-Verschlüsselung basiert und über einen lokalen Schlüsselspeicher verfügt. Bob entscheidet sich für Totemo Mail Pusht PDF. Indem er das Formular ausfüllt und ein eigenes Passwort setzt, schließt er die Anmeldung ab. Dann erhält er die verschlüsselte E-Mail von Alice in Form einer Benachrichtigung, die Informationen enthält, wie die verschlüsselte Nachricht von Alice zu lesen ist. Die Nachricht von Alice hängt als verschlüsseltes PDF-Dokument an. Öffnet Bob das PDF, muss er sich mit seinem Passwort authentisieren und auf Submit klicken. Totemo Mail validiert das Passwort und die Nachricht von Alice wird angezeigt. Bob kann sie jetzt lesen und auch den ursprünglichen PDF-Anhang von Alice öffnen. Je nachdem, wie die Lösung konfiguriert ist, kann Bob Alice auch verschlüsselt antworten oder ihre Nachricht an andere weiterleiten. Ich bin jetzt die Nachricht von Alice in Form einer Benachrichtigung.